cooles foto und damit willkommen auf meinen zwei channel ich werde jetzt versuchen hier aktiver zu sein ich habe in der letzten zeit mal überlegt was ich hier genau machen werde von reddit her manche sachen werden da wahrscheinlich ein bisschen mehr arbeit brauchen da ich die dann von englisch auf deutsch übersetze um solche kleinen geschichten auch mal zu erzählen deswegen falls ihr sowas nicht verpassen wollt auf jeden fall abonnieren wir schauen uns heute software go an wenn das taxi im gps hat ich glaube ich glaube irgendwas stimmt da nicht mit dem taxifahrer could not copy files because nein danke für diesen hat geholfen ich weiß jetzt genau was los wenn man gerade minesweeper spielt und also für die leute die minesweeper nicht kennen die zahl heißt immer außen rum um diese zahl herum gibt es genau so viele bomben was auch immer der snapchat filter da gemacht hat aber holy shit es könnte direkt aus irgendeinem horrorfilm sein die nächste generation von polizisten ein polizeiroboter was wie cool hat einer frau gesagt dass sie weggehen soll nachdem sie versucht hat etwas zu reporten und hat danach gesungen wie cool wie geil ähm irgendwie ist das ein ziemlich langer bildschirm und ich find's toll wie groß du kannst wenigstens nicht das okay das help verfehlen mit der maus hey prepare for the no crashes challenge gta crash ich glaube ich habe die challenge versagt verdammt tinder danke an die tinder app tinder ist so eine dating app glaube ich keiner mag dich aber das ist keine überraschung für uns danke wie man das richtig noch mal rein reibt in jemanden willst stoppen nope nope du bekommst mich nicht ganz schnell weg der pause button hat einfach keine lust mehr oh mac café ich glaube das war ja ein antivirus programm total ich mochte das noch nie wenn du es die installiert werden wir dich vermissen und schlimmer du wirst alles vermissen was wir für dich getan haben und defined und defined und defined so hey wir machen nichts für dich aber wir werden nicht vermissen wo one pixel is gone was willst du nur schauen auf 300 in 359 auf 700 2 8 790p natürlich wenn discord nicht weiß ob es jetzt deutsch oder englisch reden soll hey you missed a call from paul and it lasted ein paar sekunden okay danke discord also der wollte sich in twitter einloggen und hat die message bekommen hey dein account existiert bereits okay ja ich will er will sich ja auch einloggen er sollte ja auch existieren wenn sich die tabs nicht entscheiden konnten wo wollen wir jetzt überhaupt sein viel spaß wenn du da auf irgendwas draufklicken willst mein handy wird mich umbringen ich bin sauer hallo daniel ich bin error cool note doppelpunkt eins text index doppelpunkt zwei text token value doppelpunkt 6 5535 cooler name ich hoffe ich muss sie nicht dauerhaft komplett aussprechen leider sind wir durch company policy nicht in der lage die eine position anzubieten mit dem namen jeffrey da unsere database nicht mit dem namen funktioniert stell dir vor du schreibst eine bewerbung wirst eingeladen du bist perfekt qualifiziert und dann leider können wir dich nicht nehmen dein name ist jeffrey und das funktioniert nicht wenn ein login zu discord so ausschaut dann mag dich discord nur nicht notfall alarm von 9 bis 5 uhr morgens ja same hey willst du nein ich will kein geld erwähnen ich bin hier nur um auf dem screen zu starten wenn die ratte einfach lang gezogen wird ich liebe half life alex weiss wenn dein pc schon verloren ist wenn er weg rennt auf der straße einfach nur du fährst weg wenn dein programm nach hilfe schreit hilfe 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 vielleicht einfach mal neu starten chrome excel application error the exception es ist nicht irgendein problem es ist das problem der durchschnittliche preis über zeit irgendwie schaut das komisch aus beim graf der ist ein bisschen gesprungen der preis ich bin kein roboter falsch versuch es nochmal verdammt sie wissen es wow das war es zu slash software gov ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr lasst doch gerne einen daumen nach oben da und ein abo wenn ihr noch mehr davon sehen wollt wenn ihr mein letztes video noch nicht gesehen habt ist links ein video rechts geht zu meinem main channel und da das letzte video und dann hoffe ich es hat euch gefallen hier hier Bis zum nächsten Mal.